Ja, herzlich willkommen zum neuen Jahr. Alles Gute nochmal. Happy New Year. Haben wir uns schon gegenseitig gewünscht. Aber herzlich willkommen auch zum Auftakt in das neue Sportklinik hier im Regislager in Doha. Viele kennen das, viele waren schon dabei. Ich lasse die erste Pressekonferenz begleitet von Ramon, unser Übersetzer, den wir schon aus dem letzten und vorletzten Jahr. Vielen Dank. Für die zweite Frage, ich glaube, wir haben genug Spieler hier, ja, wir haben auch über das Spiel, aber ich glaube, wir wollen mehr auf unsere Training-Sessionen fokussieren und wir haben genug Spieler hier, die wir hier spielen können. Für die erste Frage, nicht die richtige Person, die diese Frage stellen, dann sollten Sie die Frage stellen. Und die letzten fünf Fragen bitte, Marc-Ade. Keine Wunder. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.